Wir haben jetzt 62 Euro ausgegeben. Inklusive drei Paar Socken jeweils 2,50 Euro für den Indoor-Spielplatz. Wir hatten nämlich Sandalen an Bohnesocken. Jetzt gehen wir erst einmal die Mühle, würde ich mal sagen. So, hier ist das Mahlwerk. Hier kann man einmal außen rum gucken, was es hier so gibt. Laut Schreiben soll die Mühle auch wieder in Betrieb genommen werden. Damit man genau sehen kann, wie sie funktionieren. Da waren die Schildkröten. Und links ist der Indoor-Spielplatz, dort in den grauen Gebäuden. Jetzt aber. Guck mal, hier ist das Kletterparadies. Hier kann man klettern. In unserem Zität hatten wir nämlich die Auswahl, entweder Kletterpark oder Indoor-Spielplatz. Das ist ein bisschen besser, oder? Ja, ich bin noch ein. Na, süßte. Ja. Die sind nicht ganz so hoch. Ja, ich weiß nicht. Komm, da gehen wir mal da drüben. Guck mal, da kann man mit dir ausrutschen. Bereich von 0 bis 3. So, das ist der Sockenbereich. Und mit Sockenpfecht. Da gibt es eine Rutsche. Und das da. Und hier können die Kinder spielen. Bein, Bein. So, das ist jetzt der Bereich für Kinder von 0 bis 3 Jahre inklusive. Spielebecken. Bällebad. Es gibt hier verschiedene Rutschen. Oh, die sind aber auch ganz schön groß. Uiuiui. Aber jetzt will ich erst mal diese Räder ausprobieren. Die kosten hier Fahrt 2 Euro. Links, links. Als die Kleine nicht mehr wollte, habe ich die Fahrt fortgesetzt. Ja, das macht Spaß. Auch wenn es manchmal eng wird. So, und jetzt gehen wir auf Erkundungstour. Das war eine ganz weiche Matte. Ich weiß nicht, was da drunter ist. Füllte sich an wie Luftballons. Und hier musste man hoch, wenn man zur Rutsche wollte. Ja, das ist schon sehr abenteuerlich dort. Man weiß nicht, wo man rauskommt und wie man da hinkommt, wo man hin will. Auch mal unten durch. Oben drüber. Ach, geschafft. So, Achtung, ich blumse. Ich blumse. Hilfst du mit? Nein. Ich blumse aus. Dann gibt es hier auch Riesenbausteine. Da hätte man sich auch ewig aufhalten können. Das ist ja eine kleine Rutsche. Und noch eine kleine Rutsche. Natürlich. Das war nicht schwer. Wir kommen gleich wieder. Ich habe mich auch etliche Male verlaufen. Und bin an der Rutsche an der Seite vorbei, wo es keinen Zugang mehr gab. So, hier ist meine Mini losgelaufen und wollte die Röhrenrutsche mal mitfilmen. Hier bist du gerutscht. Die ganz gelbe. Es ist auch immer kurig, wenn die Kleinen mit der Kamera rumlaufen. Um mal die Sichtweise aus deren Sichtweise zu sehen. Ich glaube, da bin ich hier durch und dann. Auf geht's. Und ein Wasserbett gibt es hier auch. Jetzt sind wir wieder draußen. Drinnen war es jetzt dann doch zu heiß. Ein Slushy kostet 4,50 Euro. Und ein großes Getränk, 2,90 Euro. Wir hatten jetzt von jedem etwas. Jetzt nochmal ein bisschen den Schluss noch auskosten. Und dann war das ein schöner Tag. , 1, 2,100 Euro. 1, 2,200 Euro. 1,300 Euro. 2,200 Euro. 1,200 Euro. 2,800 Euro. Das war's.